Meine Stadt wurde nicht sehr zerstört wie Marupol, aber es wurde sehr schnell okkupiert. Und auf diesem Video kann man hören, wie russische Soldaten in Bürger schießen. Aber ab 2014 wurde Lugansk schon mit Russen besetzt und wurde nicht mehr Teil der Ukraine. Also ich bin Konstantin Maslow, das ist Jura Wojtovich, meine Name ist Elena Loth, meine Name ist Anastasia Kowalczyk, ich bin Rina Krabosheba, ich bin Lavinia Proti, ich bin Sofia Drobosch, meine Name ist Maria Kulimanko, ich bin Alexander Cianetska, ich bin Liv Collin. Und wir nehmen teil im Stück Freiheit in Sparte 4. Ich bin ein Kühlschrank und Klavier ist für mich Freiheit. Und was bedeutet das? Das ist eine Anlehnung an die Freiheitsstatue, das wüsstest du, wenn du aufgepasst hättest. Denn Freiheit wartet nicht. Wir brauchen coole Musik. Und dann verschwindet die Außenwelt und ich fühle mich frei. Total frei. War das Freiheit für euch? Wir haben die Freiheit für euch. Set ehrlich. Du hast depend's. Und jetzt sind wir.